ja grüße leute und willkommen zurück hier auf dem kanal erklärungsnot bei tgs fallguys mit eurem klunkerdrache und don reeve ist auch am starten ja grüße klunkerdrache ja allein noch mal eine runde fallguys diesmal spielt der klunkerdrache noch mal eine session ich hab Angst ehrlich gesagt jetzt habt ihr ja das top gameplay von don reeve gesehen im finale da muss ich erst mal hinkommen das war aber ich war selber überrascht dass das final jetzt schon kommen da war es halt echt ja der kreisel na gut ich schau mal das kenne ich jetzt doch da warst du auch schon mal da bist du durch die mitte hast natürlich versucht durch die mitte zu gehen dann bist glücklich gescheitert ich finde das ist das springt dort also dieser abspringen ist ja oh gott sind wir weit hinten mit das macht eigentlich nicht das kommt aber weiter das ist bis ganz hinten es gibt alles macht noch nichts das soll es alles sehen wie die leute drüben haben ich finde es aber eine relativ leichte welt also ich finde das jetzt persönlich das war schwer so cool gewesen die treten alle auf mir ja hast geschafft jetzt mach kein mist ja es reicht dann einmal wieder könnte noch vielleicht ganz gut sein das ist eine gute frage auf alle fälle wird es eng kommen scheiden aus ich brauche leute die ausscheiden das spät abgesprungen ich habe aber gedrückt das sind aber viele wieder durch sind die alle hängen geblieben ist weit hinten dran also beutelst die rum geht da oh scheiße die muss es die muss es echt liebens rum gebeutelt haben weil ich war ja ganz hinten dran eigentlich habe ich ein schwein jetzt sind die letzten am start 40 das war's für die runde ich hätte nicht gedacht dass ich es schaffen nicht ganz voll besetzt aber zugereicht so nächstes spiel nächstes glück was spiel wird diesmal das ist eigentlich cool das ist ein cool ich finde ich aber auch schwer also ich weil manchmal verliert man ganz leicht die übersicht nur es hängt ja es ist ganz klar ich habe es fast alles spiele mit glück haben ja nicht glück ist natürlich mit dabei wie gesagt wenn du hier runter fällst war es das ja das ist komplett richtig das geht das geht oh du du sagst zu mir ich bin ein ziemlich whisky typ mit diesem schwein wenn ich dich auf so anguckt bist du nicht anders ne erzählst du was denn haut ab hier ist auch ein bisschen ruhig jetzt muss ich mal langsam wieder weg suchen ja jetzt gut er ist es hat man schon etliche runter geblüht ja noch zwei wenn es noch zwei habe ich dann hast du es geschafft okay einmal hier mal nein oh 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 das war aber knapp alter oh das war glücklich das war glücklich pappageien-typen sind immer noch am start was ist denn das kommt jetzt noch? bestimmt noch ein teamkampf ja 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 das ist so ein spiel wenn du da bist der auf auf der liste steht dass der kann da auch klang hast du eigentlich was von dann ja du hast schon ja ja oh komm her gib's das mal her mein Freund was ist oh nein nicht bei den ruden aber wie sich alle um das golden Ei schlungen das ist eine Massen über einen goldenen Ei ja genau gelb gelb ich halte es auf ich halte es auf ziehe es durch boy du schaffst's das ist weißt du ja nein äh das ist weißt du das zu das ist fast im vergleich rot hängt hinten dran jetzt bist du hinten dran jetzt ist es für dich für einer team schlecht jetzt äh also gelb und rot gut ich habe alle geklaut so es ist wohl es wird ein rennen zwischen gelb und rot das ist natürlich dein Team und dem Debüt ok dann müssen wir die spring doch nur mal ok was ich muss ja raus was machst du dort spring doch also springen ist echt einfach nur mal Katastrophe ooooh dein Team hat E-Mails abgelöscht ey ok du hättest an mich an du I-Deb und jetzt sind wir wieder dran 16 es ist ja gleich es ist ja gleich es ist ja gleich Alter die blöden es hält mich doch am Arsch Verlängerung Verlängerung jetzt geh weg du Pisser ooooh es wird jetzt knapp es wird verdammt knapp ihr habt's ihr seid vorne ihr seid vorne aber es darf jetzt nicht viel passieren es sieht ooooh 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 das war jetzt so knapp ihr seid von 14 auf 9 rum hmmm neeeeen ah die Teamkämpfe sind echt ja irgendwie wollen wir genau das was du vorher gesagt hast ihr wollt der Eiergeber ja das war, also wie gesagt es war ihr und der Rugen waren gleich laut war stark extrem stark Na, schauen wir mal, was bringt... Oh, volle Runde diesmal. Das kann ja nur heißen, dass man so ein Loversacher oder sowas macht, wo gleich viele ausfliegen. Na, ähnlich. Das sind meistens, wenn du so viele Leute am Anfang sind, hast du echt so Rische, wo du magst, dann fliegen erstmal einige raus. Das ist ja sowas, das kenne ich auch noch gar nicht. Ist ja auch übel. Ja, das sehe ich schon. Aber das ist ja halt das, wo du dich qualifizieren musst, indem du in der Besten bist. Ja. Ich warte mal ganz kurz. Na, genau. Ich glaube, da läuft ja kaum jemand lang wirklich, weil du... Das gibt ja der Chef da. Doch, er hat es in der Händenseite geschafft. Durch. Ich muss immer gleich mitlaufen, wenn die das Ding drehen, ja. Was? Wohlsein. Hoah. No. Hoah. Bist auch weit vorne. Echt? Ist noch keiner drinne. Ist noch keiner drinne. Das sind ja alles. Das ist jetzt. Jetzt sind das drinne. Und die Böse mit zu den Tab. Ich habe das Sprung und Tank. Ah, das war nur noch 20. Oh, soweit. Okay. Klick gehabt. Ja, ist noch dieses mit Follow-Core. Oh, darum hat ein Piratenkostüm an. Ja, da gibt es ja auch der Hotdog. Das musst du kaufen, habe ich übrigens gesehen. Die ganze Pommes. Ja, die musst du auch kaufen. Die kostet 5 Euro, das Skin. Achso. Da hast du zwar die Pommes, die Soda, bla bla bla. Ist ja in Ordnung, wer das Spiel so gut findet, dass der Kauf ist ja in Ordnung. Aber ich finde 5 Euro für Skins, finde ich, schon hart. Obwohl, wenn du bei Dead or Alive, also den Beat'em Up denkst, da waren ja die Charakterpacke, die der Otsch damals gekauft hat, die waren ja nach 100 Euro. Echt? Ich glaube, da hat er 300 oder 400 Euro nur für Skins ausgegeben. Das war ein bisschen kramp. Dazu kann man vielleicht auch sagen, der Kollege war auch ein bisschen Hentai versessen. Also desto weniger die Damen an hatten, desto besser hat er sich gefühlt. Ja. Und ich schätze mal, die waren alles so ziemlich eng und knapp. Ja. Dead or Alive ist ja genau. Ich sage mal, Dead or Alive ist ja jetzt nicht gerade bekannt für, die haben viel an. Ja. Das wollten die aber eigentlich im letzten Teil. Das haben sie aber nicht. Das haben sie aber nicht. Die wollen weg von diesen Image. Ja. Für diesen Image aber so wirklich. Weil aber das jeder damit verbindet. Das ist so ähnlich wie bei Mortal Kombat, die Brutalität. Ja. Das war knapp. Oh, das war jetzt noch knapper. Hoi! Aber das habe ich ganz gut raus mittlerweile. Das geht. Oh, du Pommes. Die sieht aber cool aus. Ich weiß zum Beispiel in Schweden oder Norwegen. Auf jeden Fall eins von Nordeuropa. Der ist Dead or Alive. Das ist verboten. Du weißt auch warum es verboten ist. Ja, ich weiß. Wenn dieser kleinen Mann Mary oder wie das ist. Ja, generell weil halt dort wie Kasumi ja, ja. Die alle unter 18 sind. Also das zählt dann als Kinderpornografie. Ja, ist es ja im Endeffekt. Man könnte es sagen, ja. Ich glaube die Marie, die Amerikanin hat eine Blunder oder nicht 14. Echt? Ja. Also ich habe das Spiel, wo ich damals auch im 3DS-Morigen immer gespielt habe und dort hast du irgendwie von Kasumi die die Mutter kennengelernt, getroffen. Ja, die sieht aus wie 21. Wieso? Hallo, du bist gar nicht mehr dran gewesen. Hau doch mal ab, Wolf! Das ist schönes Finale jetzt, oder? Ne. Aber du musst halt, wenn du keinen Schwanz hast, musst du dir einen Schwanz holen. Ich dachte, das ist nur ein typisches Finale-Spiel. Ne. Oh! Boah! Boah! Wo ist er? Ich muss abkürzen. Der hat einen Fehler gemacht. Den kriege ich. 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 Nimm uns erst einmal mit Schwampf. Schwampf. Oh Gott. Ich sehe es nicht. Elend! Ah! Pommes! Wo ist der Schweif? Die gibt es da gar nicht, ja? Na doch. Einige eigentlich. Oh! Nein! Da kommt einer auf mich zu. Ich sehe es. Komm her. Geh weg! Oh! Das war ein Pech, ey! Oh! Das war ein Pech, ey! Nein! Oh! Ich sehe es nicht! Wo stand dort? Runde ausgestiegen oder was? Ich hab's nicht gesehen. Du bist raus. Oh! Also du hattest den Schweif und dann hat er leider weggenommen und dann war die Wunde vorbei. Oh, nö. Okay. Schade. Ja, ist halt so. Ich dachte mich, dass man Schweif ist eine typische Finale-Runde. Hm, das hat... ja. Ich weiß gar nicht. Wie viele Runden habe ich jetzt schon gespielt? Ich glaube, es waren bis drei. Ja? Drei oder vier. Na gut, du warst länger dabei. Du warst im Finale mit. Ja. Deswegen. Kommen wir so schnell vor. Aber es ist ja wahrscheinlich eine kürzere Episode. Jetzt machen wir die eine Runde noch. Ja. Und dann war es das wieder für die Runde. Ja. 25 von 60. Das ist wenig. Okay. Na gut, okay. Ja. Na gut, das wäre aber ihre HLG. Ja, das ist trotzdem möglich, also ich weiß nicht. Oh Gott, ich bin ganz vorne dran. Das soll einfach wieder noch mit rumrennen. Tollwiv. Ich ziehe es durch. Ja. Alter. Ich habe das Gefühl, das ist das gleiche Finale jetzt. Das kann passieren, ja. Qualifiziert. 33. Alter, halt doch mal auf so zu battlen. Ich finde die Lörer, die steigt ja echt zu schnell. Geht weg. Ihr Pfeifen. Geht doch mal aus davon. Du hast noch eine Zeit. Ja, aber... Jetzt möchtest du, ich sag mal so, zwei Versuche. Oh, das war aber gut. Das war gut. Jetzt... Ist gut dabei. Die Lörer ist noch etwas entfernt. Oh! Das wärs jetzt gewesen. Komm, komischer Typ. Nein! 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 Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Lauf doch zu, Alter! Also das ist so schwer, Alter. Ja, ist es ja. Ui, du hast es geschafft. Deshalb war ich schon nie. Ich war auch noch nie. Ich war noch nicht soweit. Oh Gott, das muss ich aufpassen. Ich habe Zeit, ich habe Zeit, ich habe Zeit, ich habe Zeit, ich habe Zeit. Oh Gott. Nein! Oh Gott. Jetzt haben wir es geschafft. In 10, in 8 müssen wir es noch schaffen. Ich bin doch so ein Idiot! Geh doch weg, du scheiß Dinosaurier-Typ! Du hast noch ein bisschen Zeit, aber so viel ist es nicht mehr. Die Lava kommt schon. Wenn du das jetzt nicht schaffst, wo ist das? Geh doch! Oh, was? Du hast den Dinosaurier geschafft. Den gönne ich es nicht, den Pisser. Der hat mich weggedrängelt. Verreckt Dinosaurier, Pisser. Der hat es nicht verdient. Nein, du Pisser. Der hat mich nicht weggedrängelt. Wir haben uns wieder 5 Mann geschafft. 5 Mann haben es geschafft. Der Rest ist nicht verdient geflogen. Das ist so ein Ibelster Killer. Aber was soll's, ich war relativ weit. Ja, der war es zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist eines der schwersten Spiele bis jetzt, finde ich. Also rein vom Skilltechnischen her. Im Übrigen, wenn der, der dort gespielt hat, jemals dieses Video sieht und sagt, dass ich sag, du bist ein Pisser. Du bist ein Pisser. Also zumindest im Spiel. Leute, hier gehen die Emotionen auch mal durch. Hier muss man auch mal ein bisschen was sagen. So geht es auch nicht. Aber was soll man dazu sagen? Es war sehr witzig. Ich bin nicht so weit gekommen. Ich finde die Minigames trotzdem unglaublich cool. Es werden wieder, gute Dunleavy, das letzte Mal schon gesagt hat, sicherlich die ein oder anderen Video noch kommen. Und wir werden versuchen, irgendwann mal den Platz 1 zu bekommen. Wenn es euch auch trotzdem gefällt, dann gebt da gerne eine positive Wartung ab. Würde uns freuen, euch auch weiterhin begrüßen zu dürfen. Und ich sag schon mal Ciao, euer Klummerdacher. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin da auch gespannt. Tempo ist ja nicht mehr schaffen, weil wir ja 1 Mal zu gewinnen. Wir haben es eigentlich verdient. Ja, wir haben es echt verdient. Also ich glaube, wir haben jetzt einmal in Finale. Ich glaube jetzt einmal in Finale. Ich weiß nicht, du wirst auch schon in Finale haben. 1 Mal. Ja, aber ich sag mal so, wenn wir auch mal diese Schleim-Sache hier, Schleim-Kraxler. Wir haben auch das aus dem Schleim-Sache hier immer weggekommen. Ja, weil dann wird eigentlich fast bis aus Finale kommen. Auf jeden Fall, Leute. Bis zur nächsten Folge von Fall Guys. Und dann...